Wichtig, was ich Ihnen jetzt zeigen kann, ist einzigartig, dermatologisch zertifiziert, handgemacht, also wirklich Handarbeit, liebe Zuschauer, von Wahl. Ja, ist ein deutscher Hersteller, made in Germany, der Cremes herstellt, extra auch für problematische Sachen. Das heißt, Sie haben hier jetzt einmal eine Creme, die auch alle die anwenden können, die zum Beispiel eine straffende, ja, verjüngende Funktion haben möchten bei einer Creme. Die habe ich hier. Habe ich zum Beispiel Hautirritationen, Neurodermitis, habe ich empfindliche Haut, ja, auch bei Kindern, bei Erwachsenen, natürlich ganz genauso. Das können Sie mit unserer von Wahl Naturkosmetik einmal ausgleichen. Ganz besonders wichtig, wenn ich so eine Creme anwende, verwöhnen Sie Ihre Haut nicht nur, sondern Sie haben auch einen Erneuerungsprozess der Zellteilung, ja. Also die Zellen selber regenerieren durch so eine unterstützende Hilfe der Creme viel, viel besser oder schneller. Eine besondere Sache, denn es ist wirklich so, dass wir eben durch Zellalterung, Zellteilung oder eben keine Erneuerung mehr haben, natürlich auch im gewissen Sinne unser Aussehen verändern. Sie sehen es an mir, das ist aber nicht schlimm, ja. Man wird halt älter, ja, aber es ist so wie bei Wein, sage ich immer, ne, wird dann immer besser vielleicht. So, aber interessant für Sie zu Hause, vor allen Dingen auch der eingeblendete Preis. Wir haben hier eine Naturkosmetik, die normalerweise, ja, weit über 70 Euro kostet. Und wer mit Kosmetik sich mal so ein bisschen auskennt, wir Männer kaufen ja zumindest zu Weihnachten einmal Parfüm für unsere Damen. Und wenn wir dann mal in so einen Parfümladen gehen und dann sagt die Verkäuferin, ja, da habe ich hier was ganz Besonderes, ja. Tolles Fläschchen, Parfüm, kostet nur 80 Euro, ne. Und dann fallen wir schon halb in Ohrmacht. Ja, das ist so, liebe Zuschauer. Aber Sie haben hier halt Qualität. Und meine Oma, die hat immer gesagt, wer billig kauft, kauft zweimal. Und das ist so, das ist wirklich so. Ja, wenn Sie manche Cremes anwenden auch, dann haben Sie Hautreizung, Jucken, Rötung und so weiter. Viele vertragen Sie dann auch nicht, weil die Inhaltsstoffe eben nicht so kompatibel sind, ja, zu Ihrer Haut. Hier haben Sie etwas mit 95% Natur, liebe Zuschauer, ja. Und das ist dermatologisch zertifiziert. Etwas Einzigartiges, was man wirklich unter seinesgleichen suchen muss. Und damit können Sie jeden eine Freude machen. Nicht nur Ihrer Frau, Ihrer Tochter, ja, bekannten Verwandten. Sie können sich auch selbst vielleicht eine Freude machen. Ich zum Beispiel benutze die, ja, mittlerweile nach der Rasur. Sie brauchen ja nicht viel, ja. Die Haltbarkeit, auch bei Naturkosmetik, ist ja meistens nur begrenzt. In diesem Falle haben Sie bei jeder einmal 12 Monate Minimumhaltbarkeit, ja. Eine ganz besonders wichtige Sache ist, dass die Creme eben nicht nur leicht und bequem einzieht, sondern eben auch nicht fettend ist. Das heißt, man sieht anschließend nicht aus wie eine Speckschwarte. Und was besonders wichtig dabei ist, dass sie eben auch sehr schnell einziehen kann, ja. Und für Sie zu Hause dran denken, wir haben ja alle Anwendungsbereiche. Bei dieser Kosmetik, der Firma von Wahl, Made in Germany, Naturkosmetik Hand hergestellt, werden Sie eins merken. Wenn Sie die als Untergrund für Ihr Make-up verwenden, es ist nicht nur fantastisch vom Gefühl her, sondern auch das Make-up kommt wesentlich besser zur Geltung. Man braucht nicht so viel. Und vor allen Dingen, was für Sie besonders wichtig ist, die Haut ist darunter geschützt. Zellerneuerung wird angeregt, straffende Wirkung haben wir auch. Und wenn Sie einmal leider nicht riechen können, ja, dass es auch noch ein fantastischer Duft ist. Es ist so angenehm, dass man wirklich davon sagen muss, also die Damen, schließen Sie sie gut weg. Wenn Ihr Mann in der Nähe ist, wenn er die einmal in die Finger bekommt, ist Ihre Creme weg. Das ist so, ja. Dann ist es um die geschehen. So war es bei uns zu Hause auch. Ja, jetzt haben wir aber zwei Flaschen, dann ist das nicht ganz so schlimm. Also das ist etwas, was man vor allen Dingen wirklich immer anwenden kann, immer verwenden kann. Und was für Sie besonders wichtig ist, weil Sie reguliert auch die tägliche Feuchtigkeit. Ja, das ist besonders wichtig. Viele Cremes, da ist es entweder nur am Glänzen oder es ist zu trocken oder Sie ziehen zu schnell ein oder Sie sind sofort weg. Und diese Creme von der Firma Vonwal, von diesem Hersteller, ja, von dermatologischen, ja, Naturprodukten, haben Sie einmal wirklich eine regulierende Feuchtigkeit. Das heißt, es ist nicht zu nass, es ist nicht zu glänzend in dem Falle. Ja, es ist auch nicht zu trocken. Sie haben immer eine erhöhte Spannkraft über den ganzen Tag, ja. Und die Haltbarkeit ist natürlich fantastisch. Das ist auch das, worauf es ankommt bei Ihnen zu Hause. Sie möchten ja auch eine Creme haben, worauf Sie sich verlassen können, wenn wir ganz ehrlich sind, ja. Was nützt Ihnen eine Creme, die dann vielleicht noch einigermaßen aussieht, aber dann unser Make-up nicht zur Geltung kommt? Oder, liebe Zuschauer, was noch viel schlimmer ist, ja, die wirklich nach kurzer Zeit eben Ihre Wirkung verliert. Und das haben wir eben hierbei nicht, ja. Die Zellheilung, ja, und Zellteilung wird also angeregt. Und das ist auch besonders wichtig dabei. Wir haben hier einen fantastischen Flakon. Wir haben hier eine fantastisch hochwertige Pumpe drin. Da müsste ich einfach drauf ansprechen, weil viele kaufen ja auch ähnliche Produkte. Und dann ärgert man sich immer. Man hat dann fünf, sechs Mal gedrückt. Und dann kommt da nichts mehr raus. Und die Hälfte ist noch drin. In diesem Falle wird die Flasche wirklich zu 99,9 Prozent geleert, ja. Weil diese besondere Pumpe also auch so angebracht ist, dass die Creme im unteren Bereich, Sie sehen, das ist ja auch unten etwas rund, sodass das also auch wirklich bis zum Rest auch entfernt werden kann. Man vergeudet also nichts. Und bei dem Preis sollte man da ja auch schon mal einmal sicheren Seite sein. So, nicht vergessen, ja, unsere Creme, liebe Zuschauer, hat den Vorteil, dass sie eben auch für alle Bereiche einmal gedacht ist. Das heißt, alle Hauttypen, alle Hautfarben, ob hell, ob dunkelhäutig, das spielt überhaupt keine Rolle. Sie haben wirklich immer einmal den gleichen Anwendungsbereich und die gleiche dermatologische Wirkung. Und darauf ist eigentlich wertzulegen, liebe Zuschauer. Kaufen Sie also nicht einfach nur günstig, sondern kaufen Sie Qualität. In diesem Fall zu einem einzigartigen Preis. Und wenn Sie sie einmal probiert haben, werden Sie abhängig sein. Von Wahl. Stilvolles Design und einzigartige Komposition. Ein Bouquet von natürlichen Ölen und Kräuterextrakten. Ohne Konservierungsstoffe, schonende Pflege auch für die empfindlichste Haut. Von Hand gefertigt und in Deutschland zertifiziert. Luxus Kosmetik. Die zarteste und unaufdringlichste Creme der Königin. Gönnen Sie sich den Luxus. Plus Frühlingsüberraschung. Eine Eintrittskarte für den russischen Jahrmarkt. Eine Eintrittskarte für den russischen Jahrmarkt.